UNTERTITELUNG Mr. Sawyer, Sie sind die allererste Familie, die im Wohnbereich des Pearl untergebracht ist. Wie bewerten Sie die Sicherheitsmaßnahmen des Gebäudes? Das Pearl ist das höchste und modernste Gebäude der Welt. Ein atemberaubendes Werk. Aber? Niemand weiß, was passiert, wenn hier etwas schiefläuft. Hallo Männer. Der 96. Stock steht in Flammen. Sarah, hör mir zu. Das Feuer wird sich ausbreiten. Geh weiter nach oben, nicht stehen bleiben. Okay. Bleiben Sie, wo Sie sind. Sie verstehen nicht. Meine Familie ist da drin. UNTERTITELUNG 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 Was? Genau der Mann, den ich gesucht habe. In diesem Gebäude ist etwas, das ich haben will. Sie werden es mir beschaffen. Alles ist möglich. Mit der richtigen Motivation. Nein! Daddy! Wir müssen das zusammen machen. Ich habe Angst. Man darf Angst haben. Um tapfer zu sein, muss man ein wenig Angst haben. Ich bring dich aus dem Gebäude raus. Du musst jetzt tapfer sein, okay? Ja. Daddy liebt wen? Mich. Festhalten! Drei! Zwei! Eins! F.B.I., nehmt sie die Hände hoch! Alles okay? Ja, ich bin nur ein bisschen nervös. Aber du siehst sehr schick aus. Ich will's nur nicht vermasseln, weißt du? Du hast dich sechs Monate auf den Termin vorbereitet. Du schaffst das. Ich muss euch was fragen. Daddy liebt wen. Mich. Daddy liebt wen? Mich! Mich! Richtig. Daddy macht den Deal klar. Eget. Mr. Sawyer, genießt Ihre Familie den Aufenthalt? Sehr. Unfassbar, dass Sie uns die ganze Etage gegeben haben. Wie bewerten Sie die Sicherheitsmaßnahmen des Gebäudes? Bei allem Respekt, der ist nur ein besserer Security-Typ. Bitte. Das Pearl ist das höchste und modernste Gebäude der Welt. Sie haben eine vertikale Stadt errichtet. Aber das stellt Sie in allen Sicherheitsfragen vor die größte Herausforderung, die man sich vorstellen kann. Wir dachten, diese Etage wäre leer. Dachte ich auch. Und diese haben Sie nicht nur hier reingebracht, sondern auf 240 Stockwerken eingesperrt. Niemand weiß, was passiert, wenn hier etwas schiefläuft. Aber ich bin ja nur ein besserer Security-Typ, also habe ich sowieso keine Ahnung. Was ist los? Der 96. Stock steht in Flammen. Alles wird gut, ich verspreche es euch. Nein, 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 nein! Daddy! Sagen Sie mir, wie sehr lieben Sie Ihre Familie. Wenn wir hier rauskommen wollen, müssen Sie mir die Wahrheit sagen. Es gibt einen Grund, warum Sie dieses Gebäude ausgewählt haben. Meine Familie ist das Einzige, was mir jetzt noch wichtig ist. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Untertitelung. Meine Familie ist das Einzige. Wex ist das Einzige, was man als ein مت извест ist. Wiss ist das Einzige, was er sighedigt. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Sagen Sie mir, wie sehr, sehr, als ein riesiges Gebäude ausgewählt haben. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja bolivon, wenn ich jetzt das einbleast. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Wo er Save Dios ganz wichtig ist. Weil ich in hohe 8000 Teil des grandes.